So, Aufnahme, Isda. Ich bin meiner 40 Magnum, ne? Warum brennt das eigentlich immer noch? Wie lange die zündeln denn das? Was? Ich versteh dich nicht, hier ist zu laut. Ja, wir sind irgendwas in den Lücken, die sie zündeln müssen, alter. Lockt halt gleich alle Viecher an. Super keine. Das sagt er jedes Mal, dann sind sie auf einmal da. Kommste! Schach XD. Schach XD, Alter. Ach, das ist nicht so, reicht doch wohl. Sag mal, kann ich aber diesen Hund zerkleinern? Kann ich aber diesen Hund zerkleinern? Ich hab aber, ich kann kein Auto fahren. Können wir auch nicht. Du suchst, okay. Ja, hier war ich schon drin. Weißt du gar nicht, das ist neues Gebiet. Man kann das Fenster schießen. Ja, könnte man einfach... Könnte man vorher auch schon, du musst noch ein paar Mal dagegen schießen. Ja, stimmt. Ja, das stimmt, du. Schuck, 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 schuck. Ah, ah, ah. Schuck, schuck, schuck. Man kann das irgendwie kaputt, glaub ich. Fassack harsing tot. Ja, ne, guck. Diese Fenster kommt um nicht zu schießen. Schuck, schuck, schuck. Schuck. Ja, klar, komm, ja, schon sind wir aus... Schmuffel. Oh, 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 ich höre, ich höre. Oder hinten ist derick. Neugier hat sich nur in der Luft begleitet sein. Hinsen Runner Hinsen Runner, die kriegen wir Ach die Kacke Ok einmal Taschenlampe Licht aus, da kommt ein Viech das war ziemlich großes Viech Du bist gleich Schnappi Du bist gleich Schnappi, du bist gleich Schnappi ziemlich tot Nein, hey, ey, 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 ich war grad stuck Ihr ruft das, ne, ich bin hier drin, ne, tschüss Ich hab voll viel, ähm, Dings, ähm Wacht, mach dir mal kurz die Garage, Turf Warum? Was ist das, was ist das von Viech? Was ist denn hier sauer oder was ist geil? Was willst du mit dem Dinosaurier, Alter? Oder halt so eine Art Giraffe Bruder, ich komme in Frieden Alter Das Vieh sieht aus Scheiß Roboter Hallo, wie geht's dir? Ja, das Ding will, das Vieh will bestimmt, das Vieh will bestimmt nicht kuscheln, Alter Das Vieh will nicht kuscheln, das Vieh will nicht kuscheln Das Vieh ist süß Das Vieh ist süß Das Vieh ist süß Das sagst du nicht, wenn es nicht eingreift Ich find auch ein Wolf süß Oder ein Tegers süß Ja, ein Wolf, wenn er die Eingeweide rausreißt Alter, die Eingeweide rausreißt Das ist nicht mehr, weil ich es nicht mehr weiß, wird sofort ins Euro Achtung, dass Vieh tritt es sich hin Was ist der 1 da hinten, ne? 1, Alter Wieder hinten Scheißer hat mich gesehen drin 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 rennt alle hatten das plague bottle hugs da frissende leider konnte ich auf den scheint aber nicht auf uns jörn schießt aber immernoch chaos der entfernung sicher ich bin ich bin nowhere bunny ist nur nicht von ihr eigentlich ist daneben aber wie eine gazelle wie eine gazelle alle der luft trifft nicht aber langsam als wiesen schneller muss irgendwie groß tisch sie ist da das noch einer faktor ist noch einer das noch einer das noch so ein dicker fack ist noch irgendwo einer damit die straße steht das gras bearbeitet wenn uns angeboten müssen schlicht direkt aus dem Ding aus das ist mit dem er nur was einsam mit der Stiftung was ein geschehen durch die Strecke aus oben diese Welt damit ist war egal festzüglich der Heizmaul ich kann zu groß sein hier vor allem meine Waffe entscheidend sind ach herbst das Gefühl wenn nicht aber lebe halt 3 Shotgun Kugeln alter eine spezielle größere klasse der roter typ ach hier stehen keine Waffen mehr dran was ja da steckt keine Waffen dran modell die classic id was weiß nicht status und kurz entsuchende alle händischen drohnen leicht ich würde sagen wir laufen wir weiter zu eins weil ich das zuhren und das haus hier drin ach ist eine Waffe auch immer eine gleichstellige Schrotflinte hier soll man den Brief oder so ich ich will es hier wo bist du was sie wo bist du würde ihr wisst alle ich komme aus dem ghetto das muss sein das kann man aus dem ghetto leider wo ist was dann mit ghetto denn garage garagenboyband oder was ich möchte ich möchte Schrotflinte haben mit dem Zivisier die ist kacke alter größter scheiß egal oh oh halt dein maul oh oh da da hab ich hingelegt oben chuck liegt in der garage auf boden in der garage ich gehe in die garage auf boden das ist so ein drecks mistvieh wo kommt die bitte überall her alle soll ich mal specki anschießen eine bock hast ja ja das hat da so das oder hinter uns vergisst ok du musst auch doch auch hier wer hat hier musik ausgepackt oder ich auch nicht warum schießt er auf mich ja da lass mich doch in ruhe ich glaube dann triffst du so nicht ja da kannst du vergessen dann triffst du nicht das war der renner vor der renn das war das wichtigste 1 oder rent rent lo die rent noch hin ja ich bin aber hinten rum aber ja schon tut es aber irgendwie trotzdem ich habe noch sieben hp ich habe sehen ich habe viele ich könnte welche geben komm her ich habe auch klar er schießt aus der entfernung von 800 metern entfernung kein plan alter ich habe schon wieder mit neuen hp überlebt in karte bords grenze bruch ich war zu einer zollgrenze ruhig müssen wir einfach viel zu schnell ist einfach jetzt da ist ein auto ich habe gedacht das wäre ein vieh nichts drin nichts drin kofferraum nichts drin aber schon der bunker wäre es ja tschüss leute ich bin ich glaube auch nicht mehr zu davon habe ich auch noch fünf stück ich finde es wirklich schön dass und das mal bei mir einfach eine aufnahme sie wieder vorne aber zwei kugeln fliegen nein das aber zwei kugeln luftstecken hier im leben ist nice braucht noch jemand ich bin der könig des autos der könig des autobus ich brauche ich könnte keine kurze medizin aber wie findest du das schützgerl so 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 Leute ich will mal eine kurze frage warte wichtig wie findet ihr meine neue waffe mein dieses rohr mal ich will ich stehe ja voll drauf was sind die frau von meinem dicken rohr bitte einfach kein kommentar alter fähigkeitsding schön der sonnen schön der mond ok weiter geht's nachdem ich eine tanzanlage hatte ordentlich mit der schützgeräten munition nr bis zu Hause so aber wenn das ja gerne welchen und stehen welches jetzt normale 9 mm vor allem mit dem und so und panzerbrechende müsse da ich nehme direkt alles ich brauche die nicht nur noch 4 0,44 durch die ganze tasche genommen einer vorsicht elche er hat er kann jetzt schon nicht mehr da ich komme durch rennen in die Natur der weg habe ich hier eingeführt schon wieder auf anderen grenzen oder hinten ist irgendwas dickes der hinten ist wieder so ein oh fuck habe die glaube ich dann gar nicht gehört was hoffen dass die es nicht gehört haben wir haben sie auch nicht die laufen gechillt weiter na geutzendank guck mal was sieht er eine gewisse person redet die ganze Zeit nicht ich ja 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 ich darf es nicht dass ich aus einer wacht die schilder war oder gar nicht aus durch chill oh oh die kommt zu uns ich werde beim gebüsch ruhig durchsitzen ok 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 bietsch komm her bietsch Ah, ihn hat es direkt zerpflückt, alter. Alter, so viel Schuss habe ich gar nicht mehr mit der Shotgun. Oh, ich habe doch voll viel auf Vorrat. Au. Bisschen irgendwie noch so viel Shotgun haben, ne? Okay, der kennt mir nur zufrieden raus, warum das passiert ist. Boah, Alter, wie nötig ist das denn mal zufrieden? Oh, fuck, Alter. Der haut den ganzen Tag das Gas irgendwo hin, Alter. Das haben hier viele überlegen, ich weiß nicht warum. Ja, ich bin auch, ich habe auch zurückgelassen. Warum muss ich so oft zurückließen? Alter, der brennt komplett. Wie ist das jetzt mal weghaut, Alter? Ich brauche nicht, ich brauche nicht hier. Ich brauche nicht hier. Das war ja mit diesem Laufzeug, ich brauche euch laufen. Brauche ich irgendwie 7,66 mm Pfannen zu berechnen und zu loben? Äh, ne, 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 ne. Okay. Hat ja auch kein Angebot. Ich hätte nochmal Heilung. Ach, schott, die Munition, ich... Ein bisschen was. Was? Pfff. 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 das und wenn sie neuer nicht bezogen von geräten mit dazu schon zu uns kommen kann oder abends ich komme ja baut ich habe auch ja ich habe es nicht absteuern und so wenn ihr mit dem braucht habe ich nicht mehr ich habe genug Konto Ron gibt es auch verschiedene Versionen ich habe nur für die Erdrebe für die Museum ich habe immer wirklich da fängt wieder an fett zu legen na bei mir nicht bei mir auch nicht ok doch Frames Zusammenbrüche das kann ein längst zu trinken tropen grad die Frames alle ich finde ich ja ein besseres war dass das jetzt ein toter Soldat am Auto hinten drin ja Moin hat er eine Waffe hat er eine Waffe und die geht ich 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 Jetzt bin ich full of... jetzt bin ich out of ammo ja nein das ist noch einer ich hab welche, kein schaden komm her Hilfe ist ein dicker so ein dicker krase Hosen, die hab ich auch warte ich hab noch welche so hier so, ich hab gern ach, er nutze so, okay, das freut mich mach mal eben skin wechseln komm kom Tee, t, 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 t krise eine scheune oder so eine Brille im pink aber mehr Licht diese scheiß ACP Munition braucht ich überhaupt nicht kann ich mal ablegen alter überhaupt nicht wer will kann die dann scheune abholen die liegen da richtig viel ich brauch die nicht wir kommen besuch von ein paar vor ein paar runnen alter so ich habe hier oben gestaltet mir jetzt komplett so ein bisschen aber ein bisschen ich habe sie für den ghoste da also muss man glaube ich aber fast nicht mal nachgucken wo da nichts drin ist hier ist eine scheune die frames ab das ist nicht normal da ist noch zwei tanks militärische klasse nach dem Köln Schwerkommste ich komme muss ein Stück die Zeit ist toll und auch noch darum hat sich der andere in den Tag und falls sie eine kaputt geht ich habe haben oder halt hier oder hast du dicke tanker oder folgt der flair muss nicht machen und er war seitdem wo gerade ist durchgehen hier wenn der eine mich nicht hier verziehen würde schreckt das hier und dann renne ich dann sehen die einen schneller dreh dich um du dreckstvieh dreh dich um ich bin gar nicht da geht du keine schwuchtel schießt auf dich alter beleidige dich doch nicht weil es eigentlich ist alle dokusen wie geht es dir in die streiche alter verpist dich gehalte immer nicht draußen er hätte gerne todesmeldung er geht echt hin oh mein Gott er weiß dass derjenige gestorben ist er geht echt hin okay wir sind wir sind nur zu zweit ich glaube der machte den axel voss alter nennt sich den bots ok in den häuser waren wir schon mal drin hier waren wir schon mal echt ja hier schieb ich das baum los dass liebler in da an abbau der karte guckst was ist man die dalle die dalle mich über sein wie genau da oben ich wünsche wir könnten mehr Auto fahren es wäre viel cooler ah da hinten ist ein Hunter ah da hinten ist auch noch was ich hab hier glaube ich auch noch mehr Hunter ich weiß nicht was das ist steht nicht dran leider das ist das neue hat vier Beine und wahrscheinlich ne also er ist ein Hunter vier Beine gleich Hunter we are one of all so ein Riesentech oh 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 da kommt weg zu da kommen welche Viecher naja das sind eher keine Viecher sondern eher Roboter hallo Roboter was geht ab da sollten solche Roboter mal wirklich kommen ich glaube ich glaube ich weiß wer als erstes Tod ist ich ja weißt du was geil wäre was es sieht aus wie ganz normale Steine warum sollte man einmal nach hinten blicken einfach so ein Bunkertier ha das wäre nice oh nein das ist nicht so oh da unten ist ne Völkerwanderung von Roboter an alter oh oh schlaupte kommen wir hoch so mich schon ah da war schon wieder so ein Spech ah da sind Sonnenuntergang eh schau mal ich finde Sonnenuntergang an wie der Schlüssel auf die Erde strahlt ach ja da ist ein Roboter ja ja ich sitze hier bei einer Russenhock glaubst du dich sehen nicht so ne ne was soll ich ja sagen oh die sind direkt hinter uns Facke die haben mal so einen dicken alter glaub ich mal und ich bin einfach zu klein ach das ist wieder die ACP Munition ne ja das ist ACP Munition die die kleinen brauche ich gar nicht mehr looten alter naja kannst echt vergessen alter äh die kleinen brauche ich 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 hab dich als Munition nicht sicher die Waffe nicht dafür also diese ACP-D ist sowieso nötig ich hab die Pistole Möller PP ich hab 110 mit 110 mit 110 110 mit Munition die Pistole macht schon welche wenn du genau triffst nicht warte mal kurz stell ich mal auf bin ich alter Textur sind auch richtig alter alter was geht zu mal rein ey Alter neis mal gucken wärmebild ein bis komplett heiß das tut überhaupt nicht genau umgehen ja dann würde ich mal sagen weiter geht's scheiße links rechts gehoben links rechts geradeaus lassen wir geradeaus können wir sowieso nicht auf den See da wo die 1 ist hätte ich hinlaufen meine Arme schwenken darüber und dann waren wir da schon da geht's Neustadt rein wo guck mal das Flughafen wo nun direkt geradeaus ging Alter Alter lasst einmal hin vielleicht haben die zum Fluchhafen vielleicht haben die ja da ja vielleicht haben die da ja eine Boeing oder so um ein gut o warum rennen die warum rennen die warum rennen die weil ich weiß um die Rente ich bleibe einfach in den Bäumen ja Mission für da wird Zugang zu ok mich würde es gerne mich würde es echt gerne interessieren wer hier aufgeflogen ist aber ich glaube ich wäre schon wer ich glaube ich wäre schon wer ich glaube ich wäre schon wer ja die Ficker ja die greift mit dem Kling ab sofort an Alter die gehen auch nach Kampf das finde ich jetzt aber nicht so nice das finde ich jetzt aber nicht so nice ah mich haben die kleinen Hund Crab Roboter getötet Alter mit einem Arschlecken Alter Aua Alter das sind einfach zwei von diesen fetten Ficker ok noch einer hier sind fetten Ficker diese hässlichen kleinen Hund Crab Roboter das ist die scheiß Viecher aus Haar aus Haar aus Haar live ah du Ficker weg zu laufen oh die kleinen Viecher die waren dann anscheinend mit den großen rum und wenn die die großen Busy-Tasch gehen die kleinen automatisch kaputt ok nice gefällt mir hä jetzt sind die ganzen Typen aber die spawnt oder was jup ja die ganzen Typen sind scheinbar die spawnt nice steh selber drauf willkommen gleich wieder ich bin hier grad so ein Motorrad weg gelaufen vielleicht wie hier im Bunker ja ich bin abgemacht wenn das nicht im Kampffahrt naja schieb ich den Jungen einfach über die Straße naja ich kann nicht wieder beleben muss ich ich muss mich selbst wieder beleben naja könnt ihr mal kurz zu uns warten ich mal kurz gucken ja ich bin ich bin ich bin aber nicht mehr aber nicht nur in einer anderen Spritzen habe ich nicht kann ich nicht werden ja ich bin so jetzt und so jetzt auch vielleicht kein Bock mehr die Roboter die gespawnt sind Alter auf jeden Fall ich würde euch einen schönen Tag noch aufgehende aufgehende weil ich bin auch leer aufيت aber nicht wenn das ist das ach stand da nicht so hab ich hab eu nicotądern gekonnt nur noch eine Besatze unterschritten Spinne, was? Was ist denn das? Spinne! Bitte was, zum Teufel? Hat acht Beine. Gut, das sehe ich dann ja nach meiner Aufnahme, wenn du rausgenommen hast. Weiß ich nicht. Warum plünder ich die kleinen Kackvieh hier überhaupt noch? Die Brinoreno ACP Munition, die Waffe habe ich nicht. Brauche ich ja nicht. Das ist ein Schmutzungsgerät. Die Brinoreno ACP. Darüber runter. Der Brinoreno ACP. Jetzt kommt die Brinoreno. Der Brinoreno ACP. Dass die Brinnen auch nicht langer. Seit der Brinoreno ACP, der bitte sich um ein bisschen. Ja, jetzt gown die Brinoreno ACP. Für die Brinoreno ACP.